Ich hab's nicht erwischt! Pikachu! Pikachu! Du hast es geschafft, Pikachu! Gut gefangen, Pikachu! Stimmt was nicht, Ash? Es fühlt sich so an, als würde sich da drin etwas bewegen, Rocco. Mega! Hey, die Schale bricht auf! Ja, das Pokémon schlüpft aus! Mega! Hey, lass mich mal sehen! Du Gipi! Ah! Da ist es! Es ist ausgeschlüpft! Seht nur, wie süß! Du, Tuki! Oh! Ja, hallo, mein Kleines! Komm! Gipi, Gipi, Gipi! Oh, das ist ja sowas von toll! Oh ja! Wenn dein Pikachu es nicht gefangen hätte... Wäre das kleine Pokémon vielleicht gar nicht... Wir müssen den Kampf zu Ende führen! Das hätte ich fast vergessen! Los, Natal! Pikachu, Donnerblitz, los! Ach, Tiu! Mach's gut! Bis später! Wiedersehen! Oh, mein kleines Ei! Such mich! Hallo! Gipi, Gipi! Es ist so süß! Ja, du hast recht, Misty! Was ist das eigentlich für ein Pokémon? Eine gute Frage! Hey, mein Pokédex hat doch ein neues Programm! Probieren wir es aus! Tokepi, ein Ei-Pokémon! Ihre Informationen über dieses Pokémon sind nicht vorhanden! Aha, du bist also ein Tokepi! Du bist aber ein süßes Pokémon! Gipi! Ja, ich bin Tokepi, Gipi! Das findest du auch! Nicht wahr, Pikachu? Na klar ist es süß! Alle Neugeborenen sind süß! Da hast du recht! Und wer behält es? Wer kümmert sich jetzt um Tokepi? Na, ich natürlich, Ash! Immerhin habe ich ja auch das Ei ausgebrütet! Aber ich habe es gefunden! Ich habe dich nur eine Zeit lang darauf aufpassen lassen! Ich habe es bemuttert! Also, ich finde, ich sollte Tokepi behalten, weil es mich am liebsten hat! Stimmt's, Tokepi?